Das Bundesland Brandenburg liegt im Osten Deutschlands und umschließt in seinem Zentrum die Bundeshauptstadt Berlin. Brandenburg gehört zu den fünf neuen Bundesländern und ist nicht nur das größte der neuen Bundesländer, sondern auch das binnengewässerreichste Bundesland. Die jetzige Landeshauptstadt Potsdam war einst Residenz- und Garnisonsstadt preußischer Könige, dessen historisch-kunstgeschichtliche Bedeutung heute als UNESCO-Welterbe anerkannt wird. Das Bundesland Brandenburg hat eine große Bedeutung für die Naherholung der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Doch die wirtschaftlichen Wachstumschancen sind trotz des Zugpferdes Berlin eher begrenzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017